Auf der Erde leben 6,3 Milliarden Menschen und täglich werden es mehr. Das stellt die Weltwirtschaft vor immense Herausforderungen und viele Probleme. Wie können die Grundbedürfnisse einer wachsenden Weltbevölkerung in Zukunft befriedigt werden? Wie lässt sich die Produktion von Nahrungsmitteln nachhaltig steigern? Was tun, damit alle Menschen sich gesund und ausgewogen ernähren können? Ist mehr Wachstum, Wohlstand und Fortschritt überhaupt möglich, ohne Klima und Umwelt zu zerstören? Wie das Energieproblem lösen und die Mobilität erhalten? Kurz, was muss heute unternommen werden, damit die Welt von morgen noch funktioniert? Damit unser Leben lebenswert ist und bleibt? Auch für die kommenden Generationen. Überall auf der Erde. 24 Stunden am Tag. Bühler ist ein Unternehmen, das schon heute viel dazu beiträgt, die großen Herausforderungen der Zeit zu meistern, Probleme ganzheitlich zu sehen und zu lösen. Bühler hat die Spitzentechnologie, aber nicht nur. Bühler bietet alle Möglichkeiten der Logistik und Organisation, aber nicht nur. Bühler sucht immer die ökonomisch und ökologisch beste Lösung, aber nicht nur. Bühler ist auf der ganzen Welt zu Hause, analysiert die Märkte und Marktchancen und unterstützt den Kunden bis zur Produktentwicklung. Bühler spricht seine Sprache und kennt seine Kultur. Denn von 6.500 Mitarbeitern sind 3.000 vor Ort für sie da. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Erst die Summe aller Fähigkeiten macht Bühler zu einem einzigartigen Partner weltweit. Bühler liefert nicht nur die Lösung, sondern immer auch die Lösung hinter der Lösung. Das gilt für große Kunden genauso wie für kleine. Wie zum Beispiel für diesen Familienbetrieb in Asien, der sich entscheidet, nicht nur mit Reis zu handeln, sondern selbst in die Reismüllerei einzusteigen. Bühler erstellt eine kompakte und technologisch hochstehende Reisbearbeitungsanlage und passt von der Annahme bis zur Verpackung des Reis alle Prozessschritte den speziellen Bedürfnissen dieses Kleinunternehmens an. Die Partnerschaft mit Bühler zahlt sich aus. Heute beliefert diese Reismühle 10% des Reismarktes von Shanghai. So kann ein kleines Unternehmen von der Technologie profitieren, auf die sich die Großen verlassen. Wie zum Beispiel dieser südamerikanische Hersteller von Mehl, Biskuits und Teigwaren. Bei der Erstellung der Anlage sind die Voraussetzungen äußerst komplex. Bühler lässt die Vision des Kunden Wirklichkeit werden und liefert nicht nur die Maschinen, sondern errichtet auf der grünen Wiese eine Fabrik für die Nahrungsmittelproduktion. Mehr noch, Bühler verfolgt die Idee einer ganzheitlichen Lösung konsequent und integriert sämtliche Prozesse in die Import- und Exportlogistik. Vom Entladen der Schiffe über den Transport zu den Silos bis zum Verarbeiten des Getreides können alle Prozesse zentral gesteuert und überwacht werden. Auch bei der Produktion von Genussnahrungsmitteln erweist sich Bühler als verlässlicher Partner. Ein bekannter kanadischer Biskuithersteller steht vor der Entscheidung, bisher zugekaufte Schokolade selbst zu produzieren. Aus einer Idee wird eine moderne Produktionsanlage, die dem Kunden ermöglicht, seine Wertschöpfung zu steigern und die Qualität seiner Produkte stets unter Kontrolle zu haben. Von der Kakaobohne bis zum Chocolateschip. Wie dies Beispiel eines Schweizer Mühlenbetriebs zeigt, kann Bühler sehr flexibel auf die Gegebenheiten eines hochentwickelten Marktes reagieren. Bühler informiert den Kunden laufend über die Möglichkeiten neuster Verarbeitungs- und Veredelungsverfahren, die wiederum neue Produkte ermöglichen, die wiederum dem Kunden einen Vorsprung im Markt verschaffen. Aber die Welt ist nicht nur Markt, sondern auch Lebensraum. Bühler hat Antworten auf ökologische Herausforderungen, so auf den Wunsch nach sparsamem Umgang mit den Ressourcen. Ziel dieses deutschen Automobilherstellers ist es, das Gewicht seiner Fahrzeuge zu optimieren und so den Kraftstoffverbrauch zu senken. Bühler realisiert zusammen mit dem Kunden etwas vorher Ungedachtes. Anstelle der konventionellen Fertigung treten modernste Druckkussmaschinen, die den Block eines Leichtmetallmotors in knapp zwei Minuten formfertig ausstoßen. So werden 50% Gewicht beim Motor eingespart. Das Fahrzeug ist umweltfreundlicher geworden. Bühler ist in jeder seiner Technologien so gut, weil das Unternehmen täglich über eine bessere nachdenkt. Das Resultat sind Innovationen in der Nanotechnologie und biotechnischen Industrie, aber auch bei Fasern, Farben, Kunststoffen oder in der Elektronik und Optik. Und überall zeichnet sich Bühler dadurch aus, dass das Unternehmen nicht nur die besten Maschinen und die neueste Technologie liefert, sondern auch die besten Ideen und Lösungen, mit denen der Kunde am Markt erfolgreich ist. Denn überall braucht es jemanden, der die Prozesse versteht, sie bündelt, sie weiterdenkt und antreibt. Nur auf ein Unternehmen, auf dessen Leistung und Innovation Sie sich auch morgen verlassen können, können Sie sich heute verlassen. Auf Bühler können Sie sich verlassen. Tag für Tag, rund um die Uhr, 24 Stunden, auf allen Kontinenten und an jedem Ort der Welt.